Auch das Bundesamt für Verfassungsschutz hat offenbar eng mit dem US-Geheimdienst NSA zusammengearbeitet. Das geht aus einem als geheim eingestuften Papier der Bundesregierung hervor, das dem NDR und der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Danach lieferte der deutsche Inlandsgeheimdienst allein im vergangenen Jahr mehr als 860 Datensätze an die Amerikaner. Zudem gebe es regelmäßige Treffen zwischen Mitarbeitern beider Dienste.